Willkommen zurück zu Undertale! Wir haben Sans und Papayodis getroffen! Die beiden lustigen Skeletter aus der Umgebung. Einer will uns einfangen, einer hat nicht so richtig Bock da drauf. Laufen wir den mal langsamer besicher hinterher. Was haben wir hier? There's some narration on this cardboard box! You observe the well-crafted Sentry Station! Who could have built this, you ponder? I bet it was that very famous Royal Guardsman! Not, not yet a very famous Royal Guardsman! Oh, wer könnte das nur gebaut haben? Sans stand... Was finden sie von hinten? Oh, einsichtbar. Na gut. Icecaps! Rod's Interview! Oh, Icecap ist wieder da. Äh, Icecap, ich ignoriere dich. You managed to tear your eyes away from Icecaps' hat. Jetzt wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Hello! My hat's right up here! Ah, der Typ ist witzig. Ignore! You continue not looking at Icecaps' hat. It seems defeated. Okay, I ignoriere you too! You don't do it! You grass mich an! You grass mich an! You grass mich an! Ich weiß immer noch nicht, warum in aller Welt ich ihn nicht angreifen konnte. Äh... Act! Icecap! Steal! You try to steal Icecaps' hat! And succeeded! It melts in your hands! I... 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 Icecap is no more! Spare! You won! 35 Gold erhalten! Dafür, dass wir Icecap umgenietet haben! Sehr schön, sehr schön! Absolutly NO MOVING! Da hör ich jetzt mal gar nicht drauf. MOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT Hello, this is dog. Did something move? Was it my imagination? I can only see moving things. Is something was moving, for example a human? I make sure it never moves again. Man! Doggo blocks the way! Hi Doggo! Äh, okay... Äh... Pet! Doggo is too suspicious of your movements! Don't move an inch! Okay! Das hat funktioniert! Doggo can't seem to find anything! Hey Doggo! Pet! Your pet Doggo! What?! I've been pet! 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 Pot! 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 Oh das war's! Yeah it's time to pet! Where's that coming from?! Pot! 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 Pat? 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 Der Dango hat mein Pat. Okay, schon okay. Spare. Wir haben 30 Gold dafür erhalten, dass wir ihn gestreichelt haben. Ssssssss... Something pet me! Something, that isn't moving! I'm gonna need some dog treats for this! Ding, ding, hi! Hallo? Is anybody there? No? Ding, ding. Are you two playing a trick on me? Real funny. Ah, I think Papyrus and Sansland. Ding, ding. Big guy? Is that you? Come on! Ding, ding. Well, it's not the tall skeleton. He's too loud. Ding, ding. Whoever you are, knock it off! Ding, ding. Ding, ding. Oh, keine neuen Dialoge mehr. Hm. Einmal versuche ich's noch. Ding, ding. Oh, schade. Na gut, dann nicht. Da vorne haben wir auf jeden Fall dog treats rumliegen. Someone's been smoking dog treats! You! Literally, smoking dog treats! Yummy! Hey Sans, chill Sans! Nord-Eis, South-Eis, West-Eis, East-Snowden-Town! Yay! End-Eis. Kann auch nur... Ah, Sans aufgestellt haben, das Schild. Lesser Dog appears! Komm her aufstreicheln. Lesser Dog! Pet, 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 pet! You barely lifted your hand and Lesser Dog got excited! Pet, pet! Lesser Dog Kräft an! Lesser Dog is barking excitedly! Und das war's auch schon. You won, you earned zero XP and zero gold! So viel zu Lesser Dog. Oh, ein Schneemann. Hey. Hello, I am a snowman. I want to see the wild, but I cannot move. If you would be so kind, Traveller, please, take a piece of me and bring it very far away. Okay. Thank you. Good luck! You got the snowman piece! Yay. How am I doing? By I? I mean the piece of me I gave you. Let me see how it's still going. Snowman piece. Info. Here's 45 HP. Please take this to the ends of the earth. How am I doing? By I'm in the piece of... Oh! Your HP was maxed out. Did you just consume the part of me I had given to you? In front of my very eyes! I have no words for you. Be gone! Okay. Hey. I shouldn't have given myself away so easily. Da hast du eine wichtige Lektion fürs Leben gelernt, lieber Schneemann! Sans immer noch... Schlittern gut. Hey Sans. Hey, there's something important to remember. My brother has a very special attack. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. There's an easy way to keep it in mind. Imagine a stop sign. When you see a stop sign, you stop, right? Stop signs are red. So imagine a blue stop sign instead. Simple, right? When fighting, think about blue stop signs in yellow. You're so lazy. You were napping all night. I think that's good. I'm not sleeping. Excuses! Excuses! Oh ho! The human arrives! In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one quite shocking. For you see, this is the invisible electricity maze. When you touch the walls of this maze, this orb will administer a hearty zap. Sounds like fun? Because the amount of fun you will probably have is actually rather small, I think. Okay, you can go ahead now. Sans, what did you do? I think the human has to hold you up. Oh, okay. Yeah, total unauffällig. Papyrus, good work. Please hold this. You could have to give this to me instead of 13 meters in the air to let me land on the head. Okay, try now. Nah. Come on, don't be so rude. I set up this puzzle just for you. Do you treat your mother this way? Wenn meine Mutter mir ein Rätsel aufbauen würde, durch das ich durchlaufen soll im Garten, würde ich wahrscheinlich auch zurück in mein Zimmer gehen. When she makes you a puzzle? Humans. Humans, 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 humans. Blablablablabla. Oh, da ist wirklich was, wenn ich da draufstehe. Kann ich da nicht dran vorbeigehen? Kann ich da nicht dran vorbeizittern? Kann ich da nicht dran vorbeizittern? Oh, das geht nicht. Schade. Kann ich nicht oben dran vorbeizittern? Na gut, ich gehe ja schon in meinem blöden Part entlang. Oh, hier kann man sogar ein ganzes Stück von dem Pfad runtergehen. Ja. Ja. Incredible. You slippery snail. You saved it so easily. Too easily. However, the next puzzle will not be easy. It is designed by my brother Sans. You will surely be confounded. I know I am. Und da ist er rückwärts aus dem Bild geschlittert. Ups, hey, ich wollte mal mit Sans reden. Hm, nein, nicht. Äh. Yiv. Der macht mir ein bisschen Angst. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Hm, na gut. Ich helde mit ihm. I don't understand why these aren't selling. It's the perfect weather for something cold. Oh! A customer! Hello! Would you like some nice cream? Nice cream? It's the frozen treat that warms your heart. Now just 15 G. Eh. Well then. Tell your friends, there's ice cream out in the middle of the woods. Oh my god, der ist noch freundlich. Hello, would you like some nice cream? Yeah, 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 komm. Gib mir ein. Here you go. Have a super duper day. You got the nice cream. Schau mal was nice cream about this. Item. Nice cream. Info. Nice cream. Heals 15 HP. Instead of a joke, the rapper says something nice. Joah. Ist wahrscheinlich auch besser, als schlechte Witze drauf zu haben, über die sich jeder aufregen würde. Kick. Äh. Ich hab nen Fußball gefunden. Yay. Hey Sans. I've been thinking about selling treats too. Want some fried snow? It's just 5G? Ach, du fühlst mich doch schon wieder trollen. Ach bitte. Did I say 5G? I meant 50 G. Ja, ist schon okay. Really? How about 5000 G? Ja klar, hab ich nur leider nicht. 50.000 G? That's my final offer? Ja klar. What? You don't have the money. Hey. That's okay. I don't have any snow. Äh, ich aber. Hier liegt überall welche auf dem Boden. Aufnehmen, in die Fritteuse werfen, freuen. Mal gucken was rauskommt. Wahrscheinlich ein bisschen Wasser im Fett. Hm. Komisch. Haben wir noch unser Cellphone. Wir sollten echt Material anrufen. Blablabak. Hm. But nobody came. But nobody came? Bitte, was ist das denn für eine Nachricht dafür, dass wir angerufen haben und jemand ging nicht dran? Nobody came. Mhm. Okay. Ja. Dann, äh, kicken wir doch einfach mal den Schneeball hier über die offensichtige Fläche, über die wir den Schneeball kicken sollen. Äh, äh, Hilfe. Ich fühl mich wie ein Crappies Dreamcast. Ach der geht... Äh, er wird kleiner! Schneeball! Nein! Schneeball! Baa 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 you did it. Green! Your consonant care for ball, led you to a delicious victory. You are awarded 1 G! I'd have to be faster, I assume. Äh ... It looks like a snowball. Actually, it's a ... Snowdecahedron! Hahaha. Yeah. Yep. True. Very true. Ich dachte auch über Sending Treats. Ja, ja, gib mir mal Freize now. Nein, du bist richtig. Es ist immer noch zu hoch. War hier unten noch was? Ja, da unten ist auch ein Weg. Und da oben bei Sans ist... Okay, hier unten ist der richtige Weg. Dann gehen wir erstmal da oben bei Sans weiter und gucken, was sich hier vorne noch befindet. Weil Erkundung! Äh, okay. Smell Danger Rating. Snow Smell Snowman. White Rating. Can Become Yellow Rating. Ich will nicht, dass mein Schnee gelb wird. Unsuspicious Smell. Puppy Blue Rating. Smell of Rolling Around. Weird Smell. Humans. Green Rating. Destroy at all costs. Äh, Hilfe? Is. Hörs. Ding, ding. Ding, ding. Oh, geht nicht. Potenzielle Hundehütten. Wenn hier Snow Warning ist, warte. Smell Danger Rating. Äh, dddddd. Snowman. White Rating. Also ich schätze mal, hier ist jetzt niemand, weil wir den Schneemann gefressen haben. Habe ich jetzt, weil ich den Schneemann aufgefressen habe, hier ein Danger Rating, äh, ausgelöst oder sowas? Kann natürlich sein. Human! I hope you're ready for... Exclamation mark! Sands! Where's the puzzle? It's right there, on the ground. Trust me. There's no way they can get past this one. Sands! They didn't even look at it! I knew I should have used today's crossword instead. What? Crossword? I can't believe you said that! In my opinion, Junior Jumbo is easily the hardest. What? Really? Dude? That easy peasy word scramble? That's for baby bones! Unbelievable! Human! Solve this dispute! Which is harder? Jumbo? Crossword? Äh, ich kann hier einfach nichts antworten. Ich will nichts antworten. Oh, okay, dann gerne ich nur rausgehen. Jumbo? Ha! Ha! Yes! Humans must be very intelligent! If they also find Junior Jumbo so difficult! Myeh! Heh! Heh! Someone in there about. Monsters, Kids, Word Search. Hey, kids! Can you help me solve this puzzle? Fall, Monster, Cigars, Winter Skeleton, Six, Spring, Mermaid... Gjass, kvill, heh-ble, summer robot hot! Jaaa, gucken wir mal wo... Gjass, kvill, zins, kvill, heh-ble, ist! Äh, da-da-da-da! Findet man's tatsächlich hier drin? HIS FÖRE league! See you 왕! Did Johnny Jumboüss sagen? Oh, da ist wieder ein Mauseloch! Hallo Maus, willst du wieder das Essen davon haben? Pew 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 Es liegt hier schon wieder Es ist eine Note von Papyrus Äh, ja, dann speichern wir doch mal wieder an dieser Stelle Ja, kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder und wir sehen uns gleich wieder mehr